Hallo, heute fahren wir zum K&K Cup und als erstes gehen wir halt ein bisschen shoppen, ein bisschen gucken, was es da so gibt, essen vielleicht auch was. Dann abends gucken wir die Bauern-Olympiade und ich freue mich mega darauf, aber wir gucken nur ein Stück davon und zwar die Musikkür vom Reitverein. Und ja, ich bin mega aufgeregt und ich hoffe, euch macht das Video auch Spaß. Ich nehme euch heute mal mit da hin. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg. Einmal, oh, sieht man nicht so viel, aber naja. Dann sage ich mal bis gleich. Wir gehen dann jetzt gleich einparken, wenn wir da sind und dann bis später. Bis zum nächsten Mal. 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 Meine Damen und Herren, wir sehen nun eine Mannschaftsprüfung der Klasse L. Preis der Raiffeisen-Märkte, das Mannschaftschampionat der Kreisleiterverbände. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.